Liebes Kindlein, heute öffnen wir das 20. Türchen. Weihnachten kommt wirklich immer näher und vielleicht ist schon die Wohnung geschmückt, du hast schon Lebkuchen und Kekse gebacken und langsam, langsam kann man einfach schon die kommende Zeit genießen. Die Krippe steht schon, alle Lichter leuchten und wir freuen uns einfach schon auf die kommende Zeit mit unseren Lieben, wenn Heiligabend ist. Ich wünsche dir alles Liebe, dein Weihnachts-Zwergerl. PS, und es ist wirklich nicht mehr lange, nur noch viermal schlafen, dann ist Heiligerabend.